Grüß euch! Wollt ihr euch an die Skikarten bereit? Der Winter ist da! Skifahren macht heuer wieder richtig Spaß. Hotel und Gastronomie sind wieder offen. Es gibt keine Kapazitätsbeschränkungen und eure Skikarten könnt ihr ab sofort online reservieren. Wie das geht? Kinder Likes, Hermann. Auf www.snow-best.com slash Ticketshop könnt ihr eure alten Kikarts aufladen oder eine neue bestellen. Egal ob Tagespass oder Saisonkarte. Stimmt's, Hermann? Du bist ja schon ein Vollprofi. Ich weiß. Jetzt komm, ich will nochmal fahren. Wer heuer im Snow's Best Salzburg Skifahren will, braucht auf alle Fälle einen 2G-Nachweis. Den könnt ihr gleich online bei der Bestellung hochladen. Oder einfach bei der Kassa vorweisen. Stimmt genau. Aber schneller geht's natürlich online. Juhu! Juhu! Jaha! Hermann, schau, die Hütten haben wir da oben! Ha, ha, ha! Können wir da was essen gehen? Ja, da in der Gastro gelten wir noch in anderen Restaurants. Warte, warte, ich weiß, es ist die 2G-Regel, oder? Genau so ist es. Aber das ist vom Infektionsgeschehen fähig. Und das kann sich natürlich im Lauf der Saison ständig ändern. Drum ist es wichtig, dass man sich vorher über die aktuellen Bestimmungen informiert. Auf snow-space.com Hermann, komm jetzt! Ich hab Hunger! So macht Skifahren Spaß. Aber jetzt gibt's einen guten Kaisersporn. Spüre den Herzschlag der Alpen. Wer hat die 2006. Gott discovered das war, mit sich Finally er live hat. Redaktion Murat! Wir haben ja einen guten Kaiserspot um gesessen zu lassen. Es geschieht ihr Bier in den